Herzlich willkommen zu der Coffee Cup Lerneinheit, die digitale Bilderwelt. In den nächsten Minuten lernen Sie die Grundlagen der digitalen Bilderwelt kennen und können nachfolgend mit den gängigsten Bildformaten für Druck und Web adäquat umgehen. Starten möchten wir mit dem kleinsten Element eines Bildes, dem Pixel. In einem Bildbearbeitungsprogramm, in diesem Fall GIMP, habe ich nun ein Bild geöffnet. Was wir hier sehen, ist jedoch nur ein Ausschnitt des Bildes. Ich habe zuvor stark in das Bild reingezoomt, um ein Pixel darzustellen. Wir sehen hier nun in gerasterter Form unterschiedliche Farbelemente, die gemeinsam als Gruppe das vollständige Bild formen. Nun jedoch näher zum Pixel. Wenn wir ein Bild stark vergrößern, sehen wir unterschiedliche Farbwerte, die in diesem Fall in quadratischer Form aneinander geordnet sind. Ein Pixel ist das kleinste Element eines Bildes und somit ein Bereich, dem ein Farbwert zugeordnet ist. Summt man nun immer mehr heraus, erkennt man immer besser das Bild. Der Ausdruck verpixelt kommt daher, wenn zum Beispiel ein Bild in nicht ausreichender Qualität dennoch groß dargestellt wird und die einzelnen Farbwerte mit freiem Auge erkennbar sind. Pixel leitet sich aus der Wortkombination Picture und Element zusammen. Und nun kommen wir auch schon zu dem zweiten Punkt, zur Auflösung. Die Auflösung gibt die Größe eines digitalen Bildes an. Die Breite sowie die Höhe des Bildes werden hier in Pixel angegeben und mögliche Größen werden hier zum Beispiel 240 x 160 oder auch 3008 x 2000 Pixel. Je nach Format ändert sich auch der erforderliche Speicherplatz. Wie wir hier sehen können, ist bei der Größe von 150 x 150 Pixel ein Speicherplatz von 12 KB erforderlich. Bei einer größeren Auflösung, wie zum Beispiel mit einer Breite von 3008 und der Länge 2000 Pixel, wird sichtlich mehr, nämlich 3 MB Speicherplatz benötigt. Ist das Bild größer, werden mehr Pixel und somit auch mehr Farbinformationen gespeichert. Im nächsten Schritt möchten wir uns mit den unterschiedlichen Bildformaten auseinandersetzen. Die wichtigsten Formate sind hier PNG, JPEG, GIF und TIFF. Wir gehen von einem Bild aus, das in unterschiedlichen Formaten abgespeichert wurde. Je nach Dateiformat besitzen diese unterschiedliche Dateiendungen. Da je nach Dateiformat unterschiedlich viele Bildinformationen gespeichert werden können, ist der erforderliche Speicherplatz der erste große Unterschied, den man erkennen kann. Weiters können auch nicht alle Formate transparente Flächen speichern. Als Beispiel hierfür habe ich das JPEG sowie das PNG-Dateiformat geöffnet. Wir erkennen hier, dass beim JPEG die Hintergrundfläche weiß und beim PNG-Dateiformat diese transparent gespeichert wurde. Das letzte Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist der Druck von Bildern. Ich möchte nun das Blumenbild in der Größe von 2048 x 1362 Pixel in einem Fotoformat von 13 x 18 cm ausdrucken. Jedoch weiß ich nicht, ob die Qualität des digitalen Bildes ausreichend für das Druckformat ist. Um diese zu erreichen, benötigt der Drucker eine weitere Dateiinformation, nämlich den sogenannten DPI-Wert, Dots per Inch. Dieser gibt die zu bedruckenden Farbpunkte pro Zoll bzw. die Dichte der Farbwerte beim Ausdruck an. Je höher die DPI-Zahl, umso schärfer wird der Ausdruck. Für den Druck von Fotos sind 300 DPI absolut ausreichend. Wir haben nun die Begriffe Pixel und Auflösung kennengelernt, wissen, dass es unterschiedliche Bildformate zu unterschiedlichen Zwecken gibt und dass für den Druck von digitalen Bildern der DPI-Wert wichtig ist. Im nächsten Schritt der Coffee Cup Lerneinheit finden Sie Lernmaterialien, wo jeder Punkt noch mit zusätzlich relevanten Inhalten beschrieben wird. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß bei Ihrer nächsten Einheit.